Der Deutsche Schauspielerpreis 2016 in der Kategorie Beste männliche Nebenrolle geht an Roland Zerfeld für der Start gegen Fritz Bauer. Ich bin nicht Roland Zerfeld, leider. Mein Name ist Lars Kraum, ich bin der Regisseur von dem Film. Und ich bin nur gebeten worden, hier zu sein, für den Fall, dass Roland gewinnt. Weil Roland sitzt irgendwo in Kuba im Dschungel, ohne WLAN und irgendwas. Und den kann ich jetzt nicht mal anrufen, dass er diesen Preis gewonnen hat. Der wird sich wahnsinnig freuen und das gibt mir die Gelegenheit, mit Roland nächste Woche mal eintrinken zu gehen, wenn er wieder da ist. Aber ich bedanke mich in seinem Namen bei der Jury und bei euch allen. Und ich bedanke mich auch so ein bisschen selber, weil ich das selber auch toll fand. Weil ich es toll fand beim Drehen immer schon, dachte ich, das ist irgendwie großartig, wie Ronald zusammen mit Burkhardt diese Männerfreundschaft spielt. Und es ist toll, dass ihr das auch so fandet. Vielen Dank. Applaus